V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam Warum? Wir schlagen euch die Fresse ein, aber Prinzessin-like V-A-R-O-E-D wie nie, jeder Schädel zerfliegt vom Gegnerteam Und fliegen wir in hohem Bogen raus, haben wir trotzdem die Kronen auf Wir nehmen die Sache ernst, rosa Rüstung, krasses Schwert Sie lachen, doch wir treten alles klein, denn im Kleid hat man viel mehr Beinfreiheit Hallo und willkommen zurück zu Vyro oder Varios oder wie auch immer Und ja, ich join einfach mal ganz random gediegen drauf Hallo Ähm, ich glaub meine Aufnahmen leckt grad ein wenig Auf jeden Fall ist gerade der Owner drauf Der hat seinen Team-Bedler da vorhin verloren Und ähm, ich hab Angst, dass wir nachgejoint werden Aber was ich vorhabe ist auf jeden Fall Ähm, etwas Essen zu farmen Ähm, ich sollte am besten auch nochmal Oh, ich muss mal kurz nachschauen Hab ich überhaupt noch Speicherplatz? Uh, das war knapp Habe ich jetzt keinen Speicherplatz gehabt, das war schlecht Ähm, Green wird doch nicht mehr mitreden, leider Weil er hat nicht so viel Zeit Und wahrscheinlich ist ihm das noch zu langweilig Kann ich auch verstehen, also Da ist kein Hate an Green, dass er mir keine selische Unterstützung gibt Er wird ja in Geiste bestimmt da sein mir helfen Der meint ja auch, ich kann das trotzdem noch reißen Auch wenn ich's nicht glaub, aber ja, ja, wie immer Ähm Wie war das denn jetzt eigentlich mit Sojani Und hier ist einfach schon die Border, es ist so lächerlich Ähm, wir werden heute by the way nur Essen farmen Und dann in den nächsten paar Folgen in den Nether etwas Farmen gehen Oh mein Gott Oh, ich bin so dumm Hier ist sogar noch Wasser Wow, ich bin aber echt ziemlich schlau heute Ähm, auf jeden Fall Ähm Hatten wir das nämlich jetzt noch mit Sojani abgesprochen Es war eigentlich so geplant, dass ich nur einen Zweig bekomme Und, äh, mit Sojani kämpfe Also nochmal neu kämpfe Er kriegt full Stuff, das was er hatte, Feuer hatte Und ich krieg mein Stuff, bleibt wahrscheinlich alles so Und wir hatten dann ganz nochmal gefaltet Ähm Ding ist nur Ich hatte das ganze Wochenende lang keine Zeit Kannst du bitte herkommen Dankeschön Ich habe das ganze Wochenende lang keine Zeit Und dann wurde das halt immer verschoben Verschoben Und dann war das halt leider Ich glaub zwei Tage oder so zu spät Und dann, ähm Ja, haben wir den Kampf doch nicht gemacht Ich hab jetzt nur einen Strike bekommen Ähm Weil ich Den Kampf nicht gemacht hab Mit Sojani Das, wie gesagt, jetzt nochmal zum letzten Mal Tut mir wirklich leider Sojani Das war es richtig unfair von mir Und das wird mir Äh, hoffentlich nicht mehr passieren Ich meine, ich hab ja dafür Jetzt auch, äh, mein Team Kann ich mal so sagen, verloren Ähm Es sind nur noch fünf Leute insgesamt beim Leben Ist es hier der Owner Die Nobodies Ich Äh, San Nuso, glaube ich, heißt einer Und, äh, ein Team Ja, es gibt noch ein Team Und zwar Flur Fifa und Pommes Trommel HD Äh, ja Leider ist vor allem Pommes Trommel Das ziemlich gut Zumindest Habe ich das so gehört Vom PvP her Dass sie gut sein sollen Äh, wie das Okay Das war gleich gut Aber das hat Rückstoß Ähm Und ja, ich glaube eigentlich nicht, dass ich das so schaffe Aber Man soll ja, soll ja trotzdem Hoffnung haben Und ich kann die Kuchen in der Mitte nicht essen Weil die backen rum Und verfehle ich nur noch mehr Hunger Das ist dann nicht so gut Ähm, ja, wir werden heute nur ein wenig rumlaufen Ein wenig, äh, talken Und, ja, ein wenig Spaß haben hier in diesem Projekt, ne? Darum ging es ja Es ging ja darum hier Dass wir Spaß haben Und wir haben noch ganz viel zum Brennen Das könnten wir eigentlich währenddessen tun Merklich grad Ich glaube, das machen wir sogar Wer auch immer hier die Brücke gebaut hat Grüße geht da durch raus Ne, keine Ahnung Äh, wir können unten eine Überschreibung sehen Welche fünf Leute noch alle leben Und ihre Kanäle Ich sag nicht, ihr solltet ihr jetzt unbedingt, äh Vorbeischauen, aber könnt ihr gerne machen Das ist euch, äh, belassen Das könnt ihr machen, wie ihr wollt Ob ihr sie schauen wollt oder nicht Da hab ich ja nichts mitzutun Ach, scheiße, es regnet ja Äh, was ein Blödsinn hier Ähm, ja Wir werden auf jeden Fall in den nächsten paar Folgen in den Nether gehen Nur ich möchte halt wirklich gerne noch, äh, ein paar Tiere killen Und die Kuchen bringen ja da nichts Die backen nur rum Ähm Leider glaube ich aber nicht mehr, dass wir Tränke machen können Deshalb verwerfe ich erstmal die Idee Da Ähm Wie soll ich sagen Ach, kacke Eigentlich müsste ich das braten, egal Dann esse ich es erstmal roh Was andere, das brate ich glaube ich lieber Ähm Sag mir nicht, ich hab keinen Stein Doch Leu Ähm Pardon, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte Ah, nein Äh, egal Auf jeden Fall Ähm Können wir keine Tränke mal machen Weil Fluffiefer und Pommes Trommel wahrscheinlich die einzigen Warzen haben, die realistischerweise Ähm Vorhanden sind WTF Yo Ich brauch schnelles Essen, ich brauch schnelles Essen, ich brauch schnelles Essen Kommt da auf mich zu, ich weiß nicht was er macht Er macht gerade nichts Hab ich ihn getroffen? Fighten wir jetzt Eigentlich sollte ich nämlich mit Zerney fighten Oh nein, oh nein, oh nein Oh nein, die beiden kommen rauf Kann sein, dass wir heute sterben, Leute Mir wäre es eigentlich egal mittlerweile Es hat bisher ganz viel Spaß gemacht Ich hatte nichts dagegen in das Projekt und so Und ich würde sagen Oh nein, er hat auch einen Bogen Wir fighten gegen den Owner Könnte doch auch heute schon beendet werden, das Ganze hier Ganz ehrlich Verdammt Na, schlecht ist er nicht Nobody ist in 5 Minuten schon weg Okay Das war jetzt so überraschend Aber ich hab nichts gegen jetzt gegen den Fight Vielleicht hat er sogar Essen Wie viele Pfeile habe ich noch? Okay, reicht Reicht noch für den Fight Lass da oben Glaube ich Doch, nein, da hinten ist er Er rennt weg von mir Er rennt weg von mir Ich weiß, ich bin etwas ruhig, aber ich weiß halt nicht, wie ich kommentieren soll To be honest Oh, da ist die Border, mein Freund Was hast du vor? Oh, er ist im Wasser Er kann nichts machen Er kann nichts mehr machen Er kann nur noch hoffen, dass er mich trifft Und ich eigentlich auch andersrum Von hier habe ich mehr Chancen Zu treffen Aber ich treffe trotzdem nicht Egal, let's go Fist Fight Komm schon, komm schon GG, würde ich sagen GG Oh, ich hab den Owner gekillt Okay Oh mein Gott Ich kann mich gerade über mich konzentrieren Wenn ich jetzt abgekletzt werde Werte Ist das zwar lame, aber Kann ich verstehen Habe ich verdient Ich habe nicht verdient zu leben Ich habe Einen unfairen Kampf gegen Surani gemacht Das ist echt unfair gewesen Und ja Zuckerrohr Oh, da war so viel Zuckerrohr eigentlich Ich weiß nicht Aber das war ein fairer Fight Und Grüße gehen raus An Nobodies Guckt gerne bei ihm vorbei Allgemein immer Wenn jemand stirbt Dann packe ich die ganz oben rein In der Beschreibung Weil sie haben es verdient Sondern mit niemand anders mehr Das alles bekommt Was ist das für Eisen? Warte vielleicht Packe ich mir noch ein wenig Eisen mit dazu? Fragzeichen? Mike, weiß ich was? Willst du haben? Eisen? Ne So Mh Oh Oh lol Äh Gib mir kurz Bitte mal in den Lava Einmal wieder Dankeschön So, wir verbrennen alles Wir gehen nicht mehr farmen By the way, Leute Da schreibt Mh Lol Jetzt gibt es nur noch vier Leute Das heißt Ab den nächsten Folgen gibt es Event By the way Ich darf noch ein paar weitere Folgen aufnehmen Nein Ich habe das ganze Eisen in den Ofen gelassen Wenn die da jetzt in der Mitte sind Ne Scheiße Wenn die in der Mitte sind Und die sehen meinen Ofen Dann haben die mal Schieben wir mal die Aufnahme später Okay Vielleicht denkt ihr Ich habe etwas gescheatet Aber er wird es ja sehen Grüße gehen raus an dich Nichts persönlich Ich habe nichts Gegen irgendwas persönliches Gegen alle die ich umbringe Oder die gegen mich umbringen Ja Das ist alles Er gehört jetzt im Projekt Das ist halt so ein Projekt Da muss man das auch abhaben können Dass man stirbt Das ist okay Das muss man halt akzeptieren So Wir sind jetzt hier in der Mitte Und ich habe Angst Weil wenn hier einer von den beiden Ist Dann bin ich tot Weil ich habe kein Essen Und eigentlich wollte ich heute farben Ich weiß aber nicht was Nobody's gemacht hat Oh das ist ein Zombie Hallo Guten Tag Haben die meine Sachen genommen Nein hier nichts genommen Perfekt Ähm Ja Ich werde aber leider verhungern Ich hoffe Beim Event kriege ich Essen So Aber jetzt noch Schnell Gold Braten Das wollte ich jetzt noch In rechter Folge machen Zack Und dann Äpfel Verdammt Ich habe keinen Platz Äh So packen wir mal alles Was ich jetzt nicht brauche Weg Ah Egal Wir suchen nach ein paar Äpfeln Das Ich weiß jetzt nicht Was ich noch machen soll In die nächsten Folgen Ich könnte jetzt hier Riesisch noch ein paar weitere Folgen aufnehmen Langweilig Alles hochladen Das Einzige was ich brauche Sind Äpfel Wenn Ich muss ja eigentlich jetzt bleiben Weil ich jetzt mein Gold Irgendwie gesnackt wird Weil dann bin ich am Arsch Ich meine Aufnahme Vorbei Kampf Nein Oh nein Wenn er in die Mitte kommt Dann renne ich sofort weg Nein Deine Nachricht wurde gelöscht Anti-Spam Danke Anti-Spam Vielen Vielen Dank Scheiß ich brauche Gold Äpfel Ich weiß nicht wo die sind Ich kriege Angst bei denen Da geht man einfach richtig Angst zustände Lass das Gold erst mal beraten Oder Ich versuche noch einmal den Kuchen Vielleicht funktioniert er ja doch Na komm bitte Kuchen bitte sagt Aber neunmal respawnt da einfach wieder Wenn die respawnern dann heißt das eh Dass das nicht funktioniert Aber vielleicht hat der Kuchen ja geklappt Dann werden wir gleich sehen Sneaky auf jeden Fall etwas herum Ich finde keine Äpfel Das gibt es doch nicht Ihr zieht das doch nur Mag sein Ich war einfach nur gekickt werden Ganz schnell Hier ist ein Apfel Perfekt Perfekt Fuck 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 Ich habe ihn gesehen heute Ich habe ihn auch gesehen Holy shit Ich sehe ihn immer noch Der lädt bei mir immer noch Scheiß ich habe kein Essen Ich habe echt kein Essen Ein Hase Oh sprungkraft wäre jetzt perfekt gewesen Scheiße egal Ich glaube sie haben mich nicht gesehen Grüße geht an euch Jungs Ich hoffe die verfolgen mich jetzt nicht Falls sie mich doch gesehen haben sollten Das wäre scheiße Hi zombie Tschüss zombie Bist bestimmt im Untergrund Genau Ich freue mich wenn ihr auch meine Aufnahmen dann sehen Äh Machen wir das Machen wir so Und dann machen wir mal kurz einen Goldapfel Zack Ja ich weiß Leute ich sehe gerade nichts Ich habe leider keine Fackeln mehr Ich habe tatsächlich aber noch ein Oh Naja Spectator So ein Goldapfel haben wir zumindest Immerhin einen Ja Mehr kann ich jetzt nicht hinbekommen Äh Lassen wir es so Ich würde sagen Ich fahre jetzt einfach bis meine Zeit zu Ende ist Wir werden dann äh In den nächsten Folgen Fighten Psch Okay wie schreibe ich denn bitte Psch Hab ich noch nie geschrieben so Naja egal Ähm Wir werden in den nächsten Folgen dann fighten Nächste Folgen ist Finale Und es ist mal zu Ende Ich hoffe ihr freut euch drauf Und ich hoffe Die verfolgen mich jetzt nicht mehr Ich weiß gar nicht Äh Ich schau mal was Okay Ah so haben wir Licht Leute Das ist auch mal Licht Wenn ihr mich jetzt noch finden Dann bin ich halt wieder tot Aber Wir hoffen es mal nicht Ja Leute Ähm Mir ist eigentlich tatsächlich mittlerweile egal Ob ich gewinne Am Anfang war es mir nicht mehr so egal Weil ich ja mit Green noch zusammen Äh Im Team war Wir waren dann noch die Hashtag Princess Und ganz ehrlich Ein wenigstens Projekt Ähm Wir hatten Ich hatte eigentlich vor Mehr so dieses Prinzessinnen-Feeling reinzubringen Zum Beispiel auch mit dem Thatcher Pack Und weiß ich nicht So mit der Art Wie wir das alles hier machen Aber Ist nicht ganz rübergekommen Nur das Thatcher Pack Und das Intro ist rübergekommen Aber sonst Nicht so viel Und da gucken wir mal Ob wir dann in Season 2 Was Äh Im April glaube ich starten wird Ich weiß es nicht Vielleicht auch schon nächsten Monat Ich habe keine Ahnung Ähm Da wollen wir versuchen Das etwas besser zu hinbekommen Und wahrscheinlich wird Green wieder mein Partner sein Und äh Ich chill jetzt ein wenig Das ist mein Plan Und äh Ja Hätte ich jetzt doch gegen die gefaltet Hätte ich gemacht Weil ähm Äh Sanuso Ich und die beiden Sind ja noch ein Sind ja noch im Leben Und Ich hab vorhin erst Erfahren Dass Äh Wenn so noch vier Leute leben Und das ist ja jetzt so Der Fall Dass dann ein Event kommt Irgendwie Dass alle gegeneinander kämpfen Oder so Dann werden wir mal schauen Wie das nächste Von ablaufen wird Also ich fand Das gerne positiv Ich könnte gerne Bei meinen Social Medias Vorbeischauen Würde mich sehr freuen Ähm Ich hoffe die Folge war Jetzt nicht zu seltsam Ich habe zumindest Den Inhaber Von diesem ganzen Projekt Gekillt Das ist schon Äh Eine Kunst finde ich So Und dann sehen wir uns Auf jeden Fall Im nächsten Mal wieder Außer die kommen mir jetzt zu nah Weil dann werde ich nämlich Nicht gekickt Dann muss ich schnell wegrennen Oder ich sterbe einfach Egal Haut rein Leute Schönen Tag noch Und ciao